Ja, aus Schlemmer, stellvertretender Chefredakteur vom Gräbenreicher Tagblatt, knallhart nachgefragt. Freunde, ihr wisst Bescheid, ich mach auch Führerschein. Ja, wollte ich schon mal gucken hier, nach dem schönen Waren. Das ist hier der bekannteste Gebrauchtwarenhandel in ganz Gräbenreich. Das ist einmalige Schlitten, manche auch zu teuer. Ich meine, du musst dir sehen, wo du bleibst mit 3000 Motor im Monat. Was ist das denn für eine Schleuder? Nee, also der Waren muss mich praktisch anstrengen, weißt du? Ich muss den Waren quasi im Urin haben. Oh, ja, also auf einer Skala von 1 bis 10 wären wir hier bei 6,5. Das könnte was sein. Hör mal. Ja. Hier, ich hätte Interesse, weißt du? Ja, sicher, sicher. Komm mal hier, gucken. Oh, der ist schön. Hör mal, Horst Schlemmer, Chefvertretender Chefredaktor von Griemenreicher Tagblatt. Äh, an dem Waren hätte ich unter Umständen Interesse. Äh, Motorleistung, sag mal. 91 Sperr ist. Ja, unterbundenschutz. General überholt. Eißer, unterbundenschutz. Ja, unterbundenschutz, natürlich. Ich muss mich darauf verlassen, weißt du? Nein, natürlich. 2.950 ist der Preis. Wie ist es mit Raten? Monatlich. Raten, ja. Jährlich. Wir einigen uns. Pass auf, lass mich nur. Ich dreh eine Runde. Ja. Und dann sag ich dir Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Ich möchte dir einmal über den Platz mit dir denken. Tommy, Hohmann, ich schließe von wem weg. Ja, lauf. Weißt du, dass ich einmal ein Gefühl kriege für den Waren. Weißt du? Ja, was ist das denn für ein Tödel? Wie viel? So. Ja, ich fahre einfach mal eine Runde. Das Fenster ist raus. Hör mal. Ja, müssen Sie einsetzen. Ja, ich weiß es nicht. Da muss man erstmal ein Gefühl kriegen dafür, ne? Mit der Scheibe muss man sehen. Ne, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken hier. Sieht's hier auch so ein bisschen komisch. Also, so richtig ist das meins. So. Ah. Ja, einfach mal eine Runde drehen. Und dann weiß man mehr. Wie war das? Was hat der Fahrlehrer gesagt? Rückwärts? Vorwärts? Nein. Oh ja, der brummt schön. Ja. Ah, der ist schön. Der ist schön am Brummen. Ja, und lenken. Ich sehe gar nichts. Scheiße. 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 Ich hab wieder reingelt. Schnell weg. Der hat ja nicht mal Airbag. Der hat ja nicht mal Airbag. Ich nehme doch hier keinen Unfallwaren, die Wurmchen. Unfallwaren, André. Hey, du jetzt! Ja. Ich nehme doch keinen Unfallwaren, hör mal. Unfallwaren! Ach, du bist doch bespreuert. Das kann doch nicht sein! Scheiße! Ja. Ja. Ich nehme doch hin.